Geiler Hale, Mann! Ich habe kein Leben und Baseballschläger. Das riecht doch nach Zeit für ne Pizza! Ooooooh, shit! Bitte Opa, ich will nur ne Pizza! Ich will nur ne Pizza, ne schmackhafte Pizza! Die krosse Grabe Pizza ist die Pizza super knusperig! Also, Jungs, alles gut bei euch! ...ein Bild von einer Pizza! Was ist das? Ist das der Käse? Amunachol! Oh ja! Und die Peperoni! Ich fick euch an, Mann! Sieht doch lecker aus! Ich müsste mal auf die Toilette! Der eine Typ in seinem Fernseher! Okay, was ist das? Komm, knall ihn weg! Knall ihn weg, Großer! Zieh durch! Los! Jawoll! Oh, oh! Oh, oh! Nicht der Russe mit dem Gabelstapler! Ja, du bist das, Bro! Ja, ja, hallo! Wo? Wo kommst du denn her? Russische Waffenhändler im Büro! Oh, oh! Oh, oh! Superheld, CJ! Hey! Ich will da ne Granate reinwerfen, das ist cool! Ey, wo im Büro sitzt der denn? Oh! Amerikanski, fuck you! Ich hole ihn mir! Alter! Triff doch mal! Alter, der haut mir ab! Gar kein Bock auf sowas jetzt! Wo ist denn der? Hey, Amerikanski, wo bist du hin? Ja, geh zum Auto, geh zum Auto! Was? 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 Warum ist das Motorrad fast im Arsch? Scheiße, scheiße, scheiße! Ich muss ihn ja nur einmal berühren, ne? Dann fliegt er weg! Ne, das wär schlecht, glaub ich! Egal! Okay, hä? Warum hebt der schon ab? Was ist das für ein Cheat? Bro, warum hebst du manchmal ab und manchmal nicht? Junge, wo willst du hin? How no! Ey, ne, das ist uncool! Ne, ne, ne! Alter, nicht einkesseln! Uncool! Easy Game! Portschritt bei Denise geht hoch! Alter, Mäuschen, sag doch was! Ich hoffe halt einfach, dass sie jetzt alle mal einsteigen einfach! Aber heute ist Samstag! Also! Und! Alle ansteigen! Es geht weiter! Und! Alles wieder normal! Okay, jetzt schaffen wir das mal! Ich hab gutes Life! Alter! Jetzt sagen wir mal einfach Hochlandung! Nein, das war dumm! Brotlandung war ganz, ganz miserable Idee! Yo! Wer im Fernseher steht auf dem Grab? wow! Moving on! Scheiß, Alter! Was!? Was haben die Typen hier mit ihren Fernseher? War das unsere Karre da hinten? was ist das denn jetzt ich packe im holz drin oder was ich brauche nur kane der ist mir egal alter was hält der aus gott 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 sind das viele scheiße 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 okay 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 ich soll dich jetzt nach hause fahren suite alles was du gemacht hast du dich in die karre reinzusetzen auf dem beifahrer sitzt man okay okay ja du hast mich gewarnt und ich hebe trotzdem wieder ab scheiße wie kriechen den jetzt nach hause ohne dass der verreckt man dieses fliegen ist einfach nur ätzend bitte nein 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 ja mission erfüllt speichern auch du man mit dem werfe ja ja komm perfekt ja 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 Bis zum nächsten Mal.